Servus Freunde, diesmal Teil 4 unseres Alpaka-Videos und bisher ist es ja relativ schief gegangen, das ganze Projekt, sag ich mal, mit dem Farbwechsel. Wir hatten letztes Mal wieder eine Problematik, wo wir wieder neu anfangen mussten. Mal schauen, was diesmal passiert. Kleine Vorwarnung, Fail inklusive auf jeden Fall. Stört euch auch nicht an meiner Stimme, ich bin etwas erkältet, aber es ist schon wieder am Abklingen. Und jetzt geht es auf jeden Fall los. Wir machen wieder weiter mit unserem Alpaka von Prusia Research. Ihr könnt es runterladen auf printables.com und dann starten wir rein. Also schaut es euch aus, so schaut es aus. Und passt jetzt bloß auf, dass ihr nicht einen Fehler macht und den Schlitten bewegen wollt oder das Druckbett vorziehen, weil ihr es besser ausschauen könnt oder so. Man darf natürlich jetzt nichts bewegen. Jetzt haben wir schon mal ein rotes Filament, das ist das nächste, was wir einspannen. Was ist das Filament unload successful? Also was Filament raus tun? Erfolgreich? Yo! Jetzt sollen wir das Filament reinstecken. Machen wir doch. Und rein drücken. So. Haut unten einen Schwung raus. Jetzt fragt ihr mich, ist Color correct? Eigentlich ist die Farbe noch nicht. Aber jetzt soll ich langsam sagen. Yes. Und? 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 Und der Druck funktioniert. Was da jetzt beim ersten Mal für Fehler war. Ich dachte jetzt nicht unbedingt auf den Druckerschirm und auch nicht auf mich. Aber irgendwas ist schief gegangen. Und jetzt schaut es euch mal, oh wie cool das ausschaut, dieser Übergang. Und jetzt ist der Fall. Mehr Farbendruck ist auf jeden Fall sehr cool. Und hier schon mal als Teaser für alle Aufmerksamen. Wir haben eine MMU3 im Zulauf. Wir haben sie in den ersten, weiß ich nicht, 20 Minuten bestellt, nachdem die Infomail kam. MMU3 für MK4. Wir sind gespannt. Schaut schon sehr cool aus. Zwei Farben Druck. Das ist auch wieder Next Level Printing einfach, weil das einfach so mega gut ausschaut. Und man hätte mit Sicherheit auch bessere Stellen machen können bei diesem Druckmodell als jetzt alle 188 Schichten oder so. Wir werden beim Kopf wahrscheinlich auch den kompletten Kopf in einer Farbe machen, weil wenn der in der Mitte plötzlich einen Farbwechsel hat, dann schaut das wie ein Kopf durchgeschnitten aus. Deswegen faket man dann einen Farbwechsel bei der Hälfte. Wir haben das Modell jetzt auch gedruckt. Das heißt, er möchte in der Mitte vom Kopf natürlich wechseln und da geben wir einfach die gleiche Farbe wieder dann. Also verschiedene Farben. Farbdrucke machen echt neugierig auf die MMU3, die ja bald kommt, wie gesagt. Leute, schaut es euch an. Das ist mein allererster Spaghetti Druck. Den hatte ich beim MK3 noch nie. Und selbst jetzt, glaube ich, ist der Drucker nicht mal schuld. Ich hatte der Overextrusion bei Erweitert eingestellt. Statt 0,45 0,55 beim Infill. Und schaut euch, wie es ausschaut. Es liegt einfach da. Ich habe es nicht berührt. So war es gelegen. So schaut es aus. Ohne Berührung. Jetzt analysieren wir schnell, was passiert ist und dann fangen wir nach. Obwohl uns sowas tatsächlich noch nie passiert ist beim 3D Drucker. Auch beim Anet noch nicht. Also noch nie. Hier ist schon mal unser Tipp. Was müsst ihr machen? Schaut mal. Geht der noch ganz frei verschieben? Also als erstes natürlich unten das wegmachen, ja. Das schaut jetzt sehr schlimm aus, aber das waren vielleicht ein paar Minuten, wo es unbeobachtet halt das gemacht hat. Weil das ist nicht früh. Dann schaut sie, hat sie unten was rumgewickelt. Hier unten. Hat sie da was rumgewickelt irgendwo hinten. Denkt euch übrigens nichts. Meine Stimme ist im Eimer von der Erkältung, aber geht schon wieder. Also geht es noch völlig frei und leichtgängig vor- und zurückschieben. Und ist was unten drin. Und zwar auf der Seite. Dann ganz vor. Und auf der Seite nochmal schauen. Also dann geht sie hinter dem Drucker. Schaut von hinten rein. Ist da drin alles in Ordnung? Nix drin verwurschtelt? Ist der Druckerschlitten vor allem an der Unterseite? Hängt da irgendwas vom Restfilament nur dort? Weil das ja hoher ist. Das pappt irgendwann hin. Wir haben Glück. Es hat sie nichts an der Nossel hingepappt oder so. Also tatsächlich halt von alle Seiten genau prüfen. Und das Druckbett. Hat das irgendeine Macke? Ist das irgendwie verschoben? Ist das verschoben? Nein. Bei uns schaut alles ganz normal aus. Ist das irgendwie locker geworden? Ist es locker geworden? Nein. Ist der Druckkopf irgendwie seitlich verschiebbar? Natürlich alles nur mit Gefühl. Das ist ja normal. Aber ich schaue, ob er auf den Schienen nicht mehr parallel draufläuft oder so, weil es irgendwie verschoben hat. Nein, alles gut. Also Drucker, Check, Hackel, darf ich mal sagen. Und jetzt wird es ganz interessant. Jetzt schauen wir uns mal hier das Modell an. Weil jetzt zur Fehlerfindung müssen wir ein bisschen Sherlock Holmes spielen. Jetzt schauen wir mal. Was ist hier komisch? Also er hat mittendrin so einen komischen Faden gezogen. Und hier hört er auf. Hier ist das Ding weggebrochen. Das ist weggebrochen und das ist sehr merkwürdig. Das hängt zusammen und hat die doppelte Auflagefläche und hätte dadurch eigentlich extrem gut haften müssen. Also entweder die Overextrusion, also die Infill Overextrusion muss es eigentlich sein, weil sie in der Mitte tatsächlich aufgehört hat. Also hier. Das heißt, diese Strichstärke haben wir von 0,45 auf 0,57 oder so gemacht. Und dadurch müssen die Füße besser halten. Wenn man also Overextruded in Infill muss man Brim hinmachen, wenn man so wenig Auflagefläche hier unten hat. Hier sind übrigens die anderen Füße. Da ist nichts passiert. Das seht ihr an der Oberfläche. Da ist nichts. Also es ist tatsächlich hier passiert. Und das liegt definitiv nicht am Drucker. Das war unsere Schuld. Wir waren ein bisschen zu blauäugig, aber wir wollten ausprobieren, lernen wie immer und haben jetzt auch gelernt. Und jetzt drucken wir es heute nochmal. Dritter Versuch. Hier noch Close-Up Ansicht. Da hat er echt so einen Batzen hier drin gemacht. Also Fehlerbehebung wird sein Brim und vielleicht die Infill Stärke wieder ein bisschen zurücknehmen. Was in meiner Augen übrigens auch noch wichtig ist, ist der First Layer. Weil der ist ja abgerissen. Und wir hatten jetzt im First Layer kein Prusament, muss ich dazu sagen. Dieses Grün hier. Und kann auch sein, dass das einfach nur nicht so gut haftet. Aber ich sage mal, die erste Schicht ist eigentlich wie immer beim Mark IV absolut gut. Da kann man echt nicht meckern. Sehr interessant an dieser Stelle übrigens ist auch, da das Teil ja eh kaputt ist, können wir jetzt mal schauen. An dieser Stelle, wo die Farben aufeinandertreffen, ob dort echt eine gute Schichthaftung ist. Ich ziecke es jetzt einfach mal nach oben. Mit Kraft versuche ich es auseinander zu brechen. Na, das geht nicht auseinander brechen. Also hier. Ne. Also die Haftung der Schichten ist cool. Und auch die Druckqualität von der Schicht, also von dem Übergang ist echt cool. Und zwar hier. Man merkt überhaupt nichts von dem Farbübergang. Das ist so, als wäre es einfach nur plötzlich eine andere Farbe und das gleiche Filament. Das ist übrigens beides PLA. Man darf natürlich nur die gleichen Materialien aufeinander drucken. PLA zu PLA. Und nicht plötzlich mit irgendetwas anderem weitermachen. Das geht natürlich nicht. Das haftet nicht aufeinander dann. Damit vielen Dank fürs Zuschauen. Seid schon mal gespannt auf den nächsten Teil. Wir geben nämlich nicht auf, bis dieses Ding Multicolor gedruckt ist. Dieses Alpaka. Und damit wünsche ich mir ein Like und ein Subscribe und euch eine schöne Zeit. Servus. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.